Servus Leute, mir ist im letzten Vorstellungsvideo von einem Highbike S-Doro Trekking 7.5 ein ganz schöner Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich in diesem Video erwähnt, dass sich das um eine luftgefederte Federgabel handelt. Diese Aussage ist falsch. Es ist eine ganz normale Stahlfederung da drin. Sie funktioniert zwar trotzdem gut, aber es ist keine Luftdruckgabel. Wir können die Federgabel wohl in der Härte verstellen. Also das ist einfach nur die Vorspannung der Feder wird geändert. Nichtsdestotrotz, es ist keine Luftdruckgabel. Ich wurde in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht. Erstmal vielen Dank dafür. Da muss ich mich wirklich herzlich bedanken. Und ich möchte mich mit diesem Video auch noch in aller Form entschuldigen für diesen Fehler. Ja, in Zukunft muss ich noch ein bisschen besser aufpassen, was ich da sage. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn du trotzdem beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.